Guten Morgen! Wir werfen als erstes einen Blick in den Wirtschaftskländer, damit wir überhaupt einmal einen Überblick bekommen, warum wir die heutigen Handelsobjekte uns anschauen sollten, bzw. welche Handelsobjekte heute denn eigentlich sieben machen, mal einen Blick drauf zu werfen. Schauen wir mal auf die Nacht, um 2.30 Uhr wurden einige Zahlen aus Australien hier veröffentlicht, wichtige Zahlen in der Vergangenheit und in der jüngeren Vergangenheit auch immer wieder mit entsprechenden Konsequenzen im Chart. Das Ganze natürlich auch ein klein wenig verzerrt durch die NFP-Thematik morgen, aber wir haben ja schon gesehen, gestern sind die ADP-Zahlen kaum Reaktionen im Markt ausgelöst. Deswegen, denke ich, sollten wir uns schon auf die reguläre Chart-Technik in den einzelnen Handelsobjekten konzentrieren können. Die Zahlen aus Australien sind durchaus überschaubar. Hier dieser Effekt muss man sagen. Exporte, Importe hier um 0% Veränderung, Handelsbilanz leicht angestiegen, aber jetzt nicht so das große, nicht der große Wurf. Also, was haben wir hier? Gemischte Zahlen. Das heißt, Australier Staller weder übergeordnet neu bearish noch großartig bullish. Das ist hier das eigentliche Problem dabei. Also wenig Impulse, das können wir sagen. Dementsprechend, also fundamentale Impulse, das ist aber gar nicht schlecht und dann können wir uns ganz entspannt auf die Chart-Technik konzentrieren und wir schauen uns dann auch mal Australier Staller Neuseeland-Dollar an und werden vielleicht das ein oder andere Setup erkennen können. Heute um 9.15 Uhr erwartet uns noch der Verbraucherpreisindex aus der Schweiz. Das ist natürlich so die ganze Inflationsthematik, was auch die Schweizer Nationalbank sehr stark interessieren sollte. Deshalb mal einen Blick drauf werfen, insbesondere natürlich, wenn man in den Schweizer Frankenpaaren involviert bzw. engagiert ist. Nun zu den eigentlichen beiden Highlights des Tages. Heute um 13.30 Uhr die EZB-Accounts. Also gibt es irgendwelche finanzpolitischen Impulse seitens der EZB. Es gehen ja einige Gerüchte um im Internet, ja, dass die EZB sich dazu entscheiden könnte, das QI ein wenig runterzufahren, da sie ganz zufrieden mit dem Effekt sind. Das wäre natürlich echt überraschend, wenn so die News rauskommen würden und natürlich mega negativ für den DAX. Also das muss man sagen, denn ja, die Indizes oder beziehungsweise die europäischen Indizes, die berufen sich oder ihre Rallye beruft sich ja in den letzten Monaten oder in vielen letzten Monaten hauptsächlich auf dem günstigen Geld der EZB bzw. auf den ganzen Ankäufen. Ich bin mal sehr gespannt, was dabei herauskommt heute 13.30 Uhr. Deswegen bitte darauf einstellen, vielleicht 13.25 Uhr jetzt nicht unbedingt noch eine Uhr eröffnen. Man kann das natürlich machen, aber ist natürlich mit einem erhöhten Risiko, aber auch mit einer erhöhten Chance verbunden. Das muss man ganz klar sagen. Und um 14.30 Uhr heute die Astanträge auf Arbeitslosenunterstützung aus den USA. Und das ist interessant, denn sind diese Astanträge zurückgegangen? Dann könnten auch positive NFP-Zahlen, die vielleicht morgen, wo es ist hier um 14.30 Uhr bekannt gegeben werden, dann könnten auch diese positiven NFP-Zahlen auch ein wenig nachhaltiger sein. Das wird sich natürlich zeigen, denn das große Problem dabei ist, selbst wenn die NFP-Zahlen positiv ausfallen, aber die Astanträge auf Arbeitslosenunterstützung nicht gesunken sind bzw. angestiegen sind, dann ist das natürlich ein Nullsummenspiel. Ja, da haben wir vielleicht neue Jobs geschaffen. Ja, super, aber genauso viele Leute oder vielleicht mehr Leute haben im gleichen Zeitraum ihren Job verloren und das bringt uns dann oder bringt den US-Dollar dann natürlich auch zu 0% weiter. Bitte morgen dran denken bzw. ja, morgen dran denken, IWF-Treffen hier. Auch am Samstag noch. Deshalb bitte etwas Vorsicht schon, dass wir es schon mal gehört haben. Gut, jetzt gucken wir mal in den DAX hinein. Das hat sich an der Grundsituation nicht viel geändert. Wir sind immer noch aus diesem steil abwärtsgerichteten Trendkanal ausgebrochen. Das Ganze geschah hier im Juli bzw. Ende Juli diesen Jahres und seitdem konzert diese hier auf recht hohem Niveau hin und her. Was auffällt, Retest bisher ausgeblieben, also Solider-Retest, fällt aber immer noch. Wie gesagt, da hat es ja nichts daran geändert. Ein potenzieller Retest-Bereich fällt hier mit dem 61.8 Retracement der letzten Ausbruchsbewegung zusammen bei 9.776 Punkten. Gleichzeitig stellen diese 9.776 Punkte ein offenes Gap dar, also quasi eine Einladung für die Bären, sich hier doch mal großflächig zu engagieren. Und wer ganz genau hingeschaut, der sieht, dass wir innerhalb dieses abwärtsgerichteten Trendkanals auch eine bullische Flagge erkennen können. Hier die Unterseite und hier die Oberseite. Und auch hier fehlt natürlich der Retest. Und auch hier fällt der Retest auf dieses potenzielle Retest-Niveau. Das Ganze kann sich natürlich noch ein bisschen weiter in Richtung Süden strecken, denn wir haben bei ungefähr 9.640 bis ca. 9.700 Punkte auch nochmal ein offenes Gap. Also hier dieser ganze Kursbereich durchaus interessant. Und dann wird es natürlich spannend, was passiert. Steigt der Kurs nochmal radikal an? Ich denke, dann hat der DAX auch durchaus die Chancen nochmal in Richtung bisheriger Allzeithoos zu wandern. Wir brauchen uns ja bloß mal hier die Projektionshöhe für dieses Trendkanals anschauen. Wir haben mal auf den Ausbruch projiziert und das sehen wir schon, dass die Allzeithoos von 2015 bei rund 12.430 Punkten durchaus nochmal eine Rolle spielen könnten. Und natürlich als bullisches Setup wäre das optimal. Es wäre echt gigantisch. Aber wie gesagt, wir müssen erstmal gucken, ob sich das Ganze überhaupt umsetzen lässt. Ganz klar. Im Daily Chart schauen wir uns das mal etwas genauer an. Hier haben wir es mit einem abwärtsgerichteten Trendkanal zu tun. Ehemalige bärische Flagge wurde er durchbrochen und getestet. Und jetzt würde es sich natürlich anbieten, wenn der Kurs in diesem abwärtsgerichteten Trendkanal verbleibt bzw. irgendwie mal hier ausbricht. In Richtung Süden beispielsweise diesen verlässt und da hätten wir durchaus etwas Potenzial in Richtung Süden. Gleichzeitig könnte man auch diese Range hier noch mit in den Fokus rücken und die mit in Richtung Süden projizieren und auf einen Ausbruch spekulieren. Also alles in allem treffen hier diese vermeintlichen Kursziele durchaus auf fruchtbaren Boden bzw. auf diese offenen Gaps, die sich hier im Süden befinden. Was letztendlich als logisches Kursziel oder was letztendlich als logische Kursziele durchaus in Frage kommen könnte. Die in Frage kommen könnten, so muss man es eher formulieren. Wir blenden mal die Pivot-Polze noch mit ein. So und auf was wir besonderen Wert legen ist der aktuelle Weekly R2 Pivot. Ich werde mal ein bisschen heranzoomen, den wir hier sehen bei rund 10.660 Punkten, auch heutiger Daily R1. Und es wäre natürlich sehr spannend, wenn der Daily Schlusskurs nicht über diesen Widerstand rüberkommt, dann kann natürlich der erhöhte Korrekturbedarf bestehen. Alternativ dazu natürlich ein Ausbruch, klar, an dieser, also hier bildet sich ein sehr, sehr markanter Widerstand, falls er hier ausbricht beim heutigen Daily R3, Mansly R1 und Weekly R2 Pivot Point. Also hier bei 10.800 Punkten wäre dann wahrscheinlich so der nächste Widerstandsbereich, der sich ja ziemlich simpel definieren lässt. Wenn wir mal hier auf den Weekly Chart gehen, da sehen wir auch, dass dieses Level nicht von ungefähr kommt. Also seit Juli 2015 hat der DAX immer wieder an diesen Punkt auf gewisse Art und Weise reagiert. Wird sehr spannend, was wir heute sehen, beziehungsweise diese Woche. Ich bin schon sehr gespannt. So, was schauen wir uns noch an? Den Kupferpreis, darauf wollte ich mal einen Blick werfen. Ist jetzt nicht akut, die ganze Situation, aber dennoch interessant, denn wir befinden uns ja hier in dieser, in dieser vermeintlichen Dreiecksformation schon seit einigen Monaten, ja also fast schon das ganze Jahr, kann man sagen, bis jetzt. Aber was auffällt, und da unterteilen wir diese Dreiecksformation mal ganz grob in Drittel, da sehen wir, dass wir uns jetzt schon eben am Ende des zweiten Drittels, beziehungsweise Anfang drittes Drittel befinden könnten, oder in Kürze zumindest, innerhalb des laufenden Monats, und damit natürlich die Ausbruchswahrscheinlichkeit sehr, sehr groß wird. Heißt jetzt nicht, dass wir in Richtung Norden ausbrechen, das wäre das Optimum, schauen wir uns gleich an. Kann natürlich aber auch heißen, dass wir in Richtung Süden ausbrechen, das müssen wir auf dem Schirm haben. Alles in allem ist ja aber, also sehe ich hier, eine relativ große Chance, beziehungsweise ein schönes mittel- bis langfristiges Setup, was man hier durchaus für sich nutzen kann, ja, hier auch mit ungefähr 35 Dollar Unterschied hier, dieses CFD, in Richtung Norden, in Richtung Süden durchaus etwas Platz. Klar, wir warten auf den Ausbruch, klar, wir warten auf den Retest, in Richtung Norden würde mir das jedenfalls am besten gefallen, denn da macht es einfach am meisten Sinn. Schauen wir uns mal die Projektionshöhe an, dann spekuliert man hier auf den Ausbruch irgendwo im letzten Drittel, beziehungsweise Übergang zweites zum dritten Drittel, und dann sollte uns der Ausbruch irgendwo in Richtung 260 Dollar Marke und damit auch zum 61.8 Retracement dieser letzten Abwärtsbewegung führen. Und natürlich auch zu diesem Horizontalwiderstand, der sich hier seit März 2015 bis Juni 2015 gebildet hat. Ja, der hat immer wieder eine Rolle gespielt, hier diese ungefähr 260 Dollar. Also hier Copper, beziehungsweise Kupfer auf jeden Fall auf der Watchlist. Und zu guter Letzt ganz klar Australiersteller NCD, ich hatte es gesagt, wollen wir uns anschauen, hier auf dem Wochenchart, ne, wir müssen uns das jetzt eigentlich nicht angucken, ich denke, Daily Chart H4 ist hier das Interessanteste. Was hier auffällt, dieser abwärtsgerichtete Trendkanal, wir haben hier wahrscheinlich einen bayerischen Fehlausbruch gesehen, zwischen September diesen Jahres und Ende September, beziehungsweise letzten Drittel des Septembers. Und dann ist der Kurs hier wieder stark angestiegen, wir haben eine Rallye gesehen von 360 Pip, das war nicht ohne. Einen internen Retest haben wir hier doch noch nicht gesehen. Falls der Kurs jetzt hier radikal in Richtung Süden fallen sollte und diese Ports, die wir uns gleich anschauen, komplett durchbricht, dann wäre es natürlich sehr, sehr förderlich, wenn wir hier nochmal einen internen Retest sehen würden, rund um die 1,031 bis ungefähr 1,03480 oder 1,033, können Sie auch aufhunden auf 1,035. Ja, diese Bereiche entwende ich sehr interessant als interner Retest, dann würde man das Ganze entsprechend in Richtung Norden trainen. Etwas aggressiver an die Sache herangehen kann man natürlich auch, dazu gehen wir mal an den H4-Chart. Hier sehen wir eine, sagen wir eine schöne bullische Flagge, letztendlich durchbrochen vor einigen Tagen und beziehungsweise, ja, vor zwei Tagen, Anfang der Woche durchbrochen. Auf was wir jetzt hier warten ist natürlich der Retest, wir können ja auch sehr gern wieder das FIBO Retracement mit einbeziehen. 1,68 Retracement fällt hier auf die rund 1,055 und damit auf einen horizontalen Widerstandsbereich, auf den letzten horizontalen Widerstandsbereich vor dem eigentlichen Ausbruch, können wir gerne mal einzeichnen. So, und wenn wir mal die Pivot Points noch mit einblenden, dann sehen wir, dass auch dieser Bereich auf den heutigen Daily S2 Pivot Point fällt und das macht die ganze Sache natürlich noch viel spannender, viel interessanter und damit auch diesen Bereich zu einem Key Level. Ja, man kann ja auch beispielsweise mit der aufwärtsgerichteten Trendlinie hier arbeiten, die einen gewissen Support bieten sollte, habt ihr mal im Moment ganz grob eingezeichnet, ja, aber auch die fällt auf dieses Key Level und da wird es natürlich spannend. Ja, was passiert, kann der Kurs hier wieder ansteigen und nimmt er letztendlich die bullischen Orders mit oder bricht hier, bricht er schlussendlich in Richtung Süden durch. Auch das ist natürlich ein gewisses Signal, also würden wir auf den Einbruch warten, auf den intern retesten, das Ganze dann in Richtung Süden trainen. Aber wie gesagt, aktuell verfolgen wir hier eher die bullischen Tendenzen, die bullischen Ziele. Erstes Kursziel, vermeintliches Kursziel wäre dann wahrscheinlich rund um den aktuellen Manns die R1 Pivot Point bzw. Rundung die 10650 zu finden. In diesem Sinne wünsche ich einen erfolgreichen Start in den neuen Handelstag, verabschiede mich bis zur nächsten Analyse und sage Tschüss.